Heute habe ich euch gleich mehrere Bücher mitgebracht, denn wie ihr wisst steht die Weihnachtszeit vor der Tür und damit ist es auch Zeit sich und andere zu beschenken. Hi, mein Name ist David und heute möchte ich euch verschiedene Bücher aus unterschiedlichen Kategorien vorstellen, die ihr jetzt zur Weihnachtszeit oder zur Advent sehr gut verschenken könnt. Und apropos verschenken, wie ihr ein paar Bücher aus diesem Video gewinnen könnt, das zeige ich euch am Ende. Anfangen möchte ich mit einem meiner Lieblingsromane. Gut zugegeben, so viele Romane lese ich nicht, aber das Buch war auch eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts und gemeint ist 1984. In seinem Buch stellt der Autor George Orwell einen totalitären Überwachungsstaat dar, und zwar im Jahre 1984. Die Hauptperson ist Winston Smith und er arbeitet im Ministerium der Wahrheit und schreibt dort die Vergangenheit im Sinne der Parteilinie um. Allerdings fängt er dann irgendwann mal an, innerlich gegen das System zu rebellieren und kriegt dann auch relativ schnell die Macht des großen Bruders zu spüren. Ob er es schafft, das System zu unterwandern und zu bekämpfen, das erfahrt er in dem Buch. Übrigens lohnt es sich, das Buch alleine schon deshalb zu lesen, weil man eben sehr viele Parallelen zur heutigen Zeit erkennen kann und das Buch wird auch sehr häufig zitiert. Beispielsweise stammt auch das berühmte Zitat Big Brother is Watching You von George Orwell. Kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Kategorie und zwar zu dem Kinderbuch Money. In diesem Buch beschreibt Boudo Schäfer einfache Techniken, wie Kinder spielerisch den Umgang mit Geld lernen können. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann findet ihr dazu auch schon eine Buchvorstellung auf diesem Kanal, indem ihr jetzt einfach hier auf das i klickt. Dort findet ihr übrigens auch einen Link zu einer kostenlosen PDF-Version. Bleiben wir jetzt zunächst im Bereich Finanzen und kommen zu einem richtigen Klassiker und zwar Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Und zwar wird in diesem Buch anhand eines reichen und eines armen Vaters gezeigt, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Beispielsweise eben nicht in Verbindlichkeiten, sondern in Vermögenswerte zu investieren. Und das Ganze ist ein sehr guter Einstieg für alle, die sich noch nie wirklich mit ihren persönlichen Finanzen beschäftigt haben und diese selbst in die Hand nehmen möchten. Wenn es dann konkreter um das Thema Börse geht, dann ist Beate Sanders Aktien- und Börsenführerschein ein guter Einstieg für die Grundlagen zum Investieren an der Börse. Auch wenn ich die Aufmachung des Buches teilweise etwas fragwürdig finde. Aber ihr habt am Ende auch tatsächlich die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen, und zwar gegen Aufpreis, und damit den Aktien- und Börsenführerschein zu erwerben. Da Beate Sanders aber leider im September diesen Jahres verstorben ist, weiß ich nicht, ob es diese Möglichkeit immer noch gibt. Kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Buch von Bodo Schäfer, das auch ein echter Klassiker im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist, und zwar die Gesetze der Gewinner. Was mir an diesem Buch besonders gut gefällt, ist, wie die Themen aufbereitet sind. Denn im Endeffekt ist das Ganze ein 30-Tages-Programm. Das heißt, ihr habt dann jeden Tag ungefähr nur 10 Seiten zu lesen und könnt das Gelernte dann auch direkt in die Praxis umsetzen. Denn viele Menschen beschweren sich ja immer, dass sie nicht die Zeit zum Lesen haben, aber diese Ausrede zieht bei die Gesetze der Gewinner eben nicht mehr, denn die Zeit, um ein paar Seiten pro Tag zu lesen, sollte dann ja wirklich jeder noch erübrigen können. Auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist Dale Carnegie's Buch »Wie man Freunde gewinnt« angesiedelt. Und hier beschreibt er, wie Menschen ticken, wie man den Umgang zu seinen Mitmenschen verbessern kann und wie man beliebt und einflussreich werden kann. Und er liefert dann auch direkt einfache Tipps, die man umsetzen kann. Eine Übersicht mit allen Tipps findet ihr auch im Blog-Eintrag in der dazugehörigen Buchvorstellung. Wenn ihr in den Bereich von berühmten Persönlichkeiten und deren Lebensgeschichten gehen wollt, dann kann ich euch die Biografie über Elon Musk empfehlen. In diesem Buch bekommt ihr wirklich tiefe Insights über die Gründungsgeschichte von Elon Musks ersten Start-ups und versteht, wie er tickt und warum er das tut, was er tut. Außerdem kann man sich aus diesem Buch auch Verhaltensweisen von erfolgreichen Personen abschauen. Eine ausführliche Buchvorstellung dazu findet ihr übrigens auch schon auf diesem Kanal. Als letztes möchte ich euch noch einen weiteren Roman vorstellen und der dürfte vor allem für diejenigen interessant sein, die eher kürzere Bücher mögen. Und da würde ich euch das Café am Rande der Welt empfehlen. In diesem Buch von John Strulecki dreht sich alles um den Sinn des Lebens und zwar verpackt in eine inspirierende Geschichte. Zu diesem Buch findet ihr übrigens auch schon eine Vorstellung auf diesem Kanal. Das waren jetzt einige Buchtipps. Kommen wir jetzt noch zu der spannenden Frage, wie ihr denn einige der vorgestellten Bücher gewinnen könnt. Und zwar starte ich ab Dezember auf meinem Instagram-Kanal einen Adventskalender, bei dem ich jeden Tag über verschiedene Themen spreche. Und hinter manchen Türchen versteckt sich auch ein Gewinnspiel. Also abonniert gerne den Instagram-Kanal, um das nicht zu verpassen. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und falls ihr Themenvorschläge für den Adventskalender habt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt mit der heutigen Ausgabe von Büchercheck. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.